Mein Name ist Uli Finkler, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Gafikon GmbH und ich hatte einen Vortrag gehalten über den Perfion-PIM-Connector, das heißt die Anbindung des Perfion-PIM-Systems an die Komet-Ausgabe über eine Restschnittstelle und habe dort einige Beispiele gezeigt hinsichtlich Tabellenerstellung und Tabellenverwaltung im PIM-System. Also meinen Vortrag darf man auf keinen Fall verpassen, weil ich in dem Vortrag zeige, wie Produktmanager schon sehr, sehr früh Einfluss nehmen können über die grafische Ausgabe ihrer Produkte. Nein, sind meine, oh Gott, siebten Print-Des, also schon sehr lange dabei und von daher, ja, schon ein alter Hase. Die Print-Des ist ein sehr guter Austausch für uns mit unseren Partnern, mit unseren Marktbegleitern, das heißt wir haben einen sehr, sehr offenen Umgang in der Print-Community, das heißt man spricht über Projekte, die man gemacht hat mit anderen Kunden, weil der Markt ist groß, es gibt verschiedene Hersteller, es gibt einen Hersteller, der halt jetzt wirklich verschiedene Kunden, verschiedene Partner vereint und man hat halt wirklich sehr, sehr gutes Miteinander und Erfahrungsaustausch mit Kunden, mit Partnern und eine sehr, sehr breite Plattform über halt wirklich genau das gleiche Thema.